Headquest weiter geht's. Wir sind immer noch nicht mit der Hauptmission hier weiter vorangeschritten. Aber wir haben jetzt noch ein paar andere Sachen hier zu erledigen würde ich sagen. Okay erstmal nach rechts. 50. Okay. Okay mach mal. Okay los geht's. Aber ganz gut. Okay mach mal. Ah really. Oh man weiv. Entschuldigung,X Mass están gestнем bin ich. Nice. Die Höhle nicht mehr damit. Das war's für mich. Ja, das ist erledigt. Nice. Nice, Magier gewandt. Oh, hier ist noch eine Kiste, Mann. Die Kiste würde ich noch haben. Nice. 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 Wer ist er? Agent 00 Cut 7 Oh okay Oh okay Nice. Ja! Oh ich geschafft! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja, das ist wirklich gut! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Die Miezenhöhle Stacheln geht nicht zurück Die Miezenhöhle Stacheln geht nicht zurück Die Miezenhöhle Stacheln geht nicht zurück Nice Haben wir noch die Schnurr Höhle da unten rechts Schnurr Bucht Heyo, haben wir frei Was geht das aber her Schön dass du rein schaust Was hast du an deinen freien Tage geplant Was magier Robe Nice Nichts war schon einkaufen jetzt fährt der Wisch und Sorker wurde einfach chill in der Ehre Die Miezenhöhle Stacheln geht nicht zurück Hi wir haben heute morgen auch schon einkaufen Nachdem ich die Freundin auf die Arbeit gefahren hatte weil sie ihr Auto abgegeben hat Für ihren Vater der braucht es heute Und ja Zeug ein bisschen Haben heute morgen schon gekocht Königsblut Königsblut erwecke deine innere Kraft Schnurr Sarker Was ist denn Schnurr Sarker Erhöht den körperlichen Schaden von Verbündeten Das war's. Das war's. Zeitzuschauer schauen, was läuft. Cat Quest. So, haben wir die Hüllen. Die zwei noch mit, dann haben wir die Hauptmission. Okta-Ruinen Oh, kommt her, Leute. Gut, dass wir klar überlevelt sind. Gib mir den Schatz. Hier sind wir gekommen. Das haben wir alles gemacht. Viel noch nicht. Nehmen wir die da mit. Flussuferbucht. Hier. 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 Das war's! Ja komm hol mir deinen Plan für deine Rüstung zurück. Binde das Versteck in der Weiswege. 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 Miaua! Warum? Oh nein! Schnell zurück! KitKat! Ninja Katana! Die ist ja recht unbeschwert unterwegs hier! Die ist ja recht unbeschwert! Die sind ja 90er! Die ist ja recht unbeschwert! 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 Hochschuld, Dogo. Junge! Na da, wo laufen wir hin?! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay, wir kommen ins Doggo Königreich Okay, let's go wie sind die verliehen Könige Gut Rekzack Ich kann ihm immer noch keinen Schaden machen Hier läuft er Haha Ab ins Doggo Reich Erfolg Buch der ersten Könige Auszug 4 Unsere Königreiche sind zwar stark aber auch zerstritten gar so arg Hör nicht auf Elos Plan, wahrer Friede ist bald dran Alles klar Königsmarke Ich bin wieder in der Zeit warum kann ich ja nicht besuchen ok die hunde haben wohl so ein wüsten thema kundschaft erschwert kopf des alten meisters kopf und die kim ruinen los geht's drei zuschauer sogar was mit abstand also reinschaut kürz k oh oh kurz straight up letzte runde ja ah einer ist er da passt mich zu meinem schatz 126 36 damage und 15 prozent körperdamage 126 13 man braucht keine verteidigung wenn man alles worden hätte so läuft es geht los zeig mir deinen fantastischen schatz ok in der hole Das ist ein Schaden, oder? Was ist das? Blitzt mich auch? Dann krieg ich Schnurr Säke. Dann krieg ich viel mehr Damage auf ihn. Was? Okay. Ach ja. Ich kann so magia auch noch verbessern. Das ist scheiße teuer. Dann krieg ich was hier. Machen wir mal Heilung. Dicke. Mit dem körperlich ein Damage. 32% mehr Rüstung. Ich denke das sollte passen. Dann krieg ich das schon wieder draussen. Folge der Spur. Ja, heil mich schön. Jo, weiter. Zeig mir den nächsten Platz. In der Wuffbucht waren wir aber noch gar nicht. Ja. 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 Das ist halt immer das Beste, oder? Zauber Spruch. Das war mal so, warte. Schnurr Säke 1, Feldschild 2 und dann Damage 3. Nice. Open the chest. Schallachrote Schneider. Badenhut. Und da haben wir wieder einen Zuschauer aus dem Abschnitt aus der Reitschau. Das fühlt mich über einen fetten Vorlauf freuen, oder? Oh, jetzt ziehe ich ihn zurück hier. Feuermagierhut. Ja, da geht's. Mistora. Okay. 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 Ich will mich hochheelen bitte. Danke. Ich muss mich hochheelen bitte. Nice. Okay. Oh. Oh. Seinen Freund getötet, Junge. Oh. 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 De bykser der vindstorer. Was? Oh. Oh, der auf die Backen, Junge. Wow. Mächtige Eismagie. Heil mich, Ridolin. Jawohl. Okay. Oh. Fuck. Ich weiß nicht, wie du es hast. 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 Aber das ist schon strong, oder? Ah. Noch nicht strong genug. ab in die gewohnt ich bin so stark keins von der Schaden ne kann ich durchrollen Kopf des alten Weißers an dieser Stelle wir wieder raus und wir sehen uns das nächste Mal